Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde RimWorld. Immer noch in der Beta 18, weil wir mit Mods spielen. Diesmal dachte ich mir, ich erwähne es mal wieder. Nur für den Fall, dass sich irgendjemand wundert oder ähnliches. Alle paar Folgen erwähne ich das mal sicher selber. Eigentlich müsste ich auch sowas erwähnen wie Abonniert mich und sowas halt. Aber ehrlich gesagt, mich nervt das bei den meisten Leuten so, wenn die das andauernd in jeder Folge machen. Ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal, seit ich diese Staffel habe, ich das mal sage. Also, wenn ihr es zufälligerweise seht und noch nicht getan habt, was unwahrscheinlich ist, dann abonniert mich doch mal. Forschung abgeschlossen, Elektrizität. Aber ehrlich gesagt, was mir viel wichtiger ist, schreibt mal einen Kommentar, wie gefällt euch das? Wenn ihr die Serie bis hierhin geguckt habt, wenn ihr schon alle Folgen gesehen habt oder habt, seid ihr gerade reingesprungen und seht nur die Folge, das würde mich mal interessieren. Dann bitte echt einen Kommentar mal rein. Das würde mich sehr freuen. Forschung abgeschlossen, Elektrizität erzeuge und benutze Elektrizität zum Kochen und für andere einfache Arbeiten. Ja, ja, danke schön. Ja. So, was können wir jetzt alles mit Elektrizität machen? Das ist nämlich jetzt eine wirklich gute Frage. Wir haben einen elektrischen Nähtisch. Ich nehme an, der ist einfach 50 mal schneller. Also, nur halb so... Ah, ja, genau. Also, die beiden sind gleich, wenn sie keinen Strom haben. Und ansonsten ist der hier doppelt so schnell. Okay. Und das hier ist einfach der Unterschied, die, 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 die... Moment. Was ist der Unterschied hier? Der elektrische Herd, der braucht halt einfach kein Feuer. Also, der muss nicht befeuert werden. Gut. Damit stellt sich allerdings erst mal für uns die Frage, Strom... Wie... Welche Möglichkeiten haben wir jetzt der Stromgewinnung? Wir haben eine Windturbine. Und wir haben einen Holzfeuergenerator. Und einen Kraftstoffgenerator. Gut, Kraftstoffe haben wir noch keine. Also, es ist der Holzfeuergenerator, der für uns interessant ist. Denn die Windturbine gibt uns nicht die ganze Zeit Strom. Und wir haben ja noch keinen... Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch keine... Ähm... Sag schon. Keine... Keine... So... Batterien. Wir bräuchten ja eigentlich... Die da, Batterien. Oh, Mann. Also, ehrlich gesagt, Elektrizität ohne Batterien macht echt nicht viel Sinn. Wir brauchen die Batterien. Ich meine, gut, wir können natürlich... Wir können natürlich über... Wir können natürlich über die... Die... Den Holzfeuergenerator erstmal gehen. Ähm... Ginge natürlich auch. Den einfach hinstellen, darüber befeuern. Ginge auch, absolut. Gut. Würde am Anfang jetzt auch wahrscheinlich gut ausreichend sein. Wie viel produziert der denn? Wie viel Strom? Kann ich das irgendwie sehen? Ähm... Nicht wirklich. Gut. Äh... Ja, probieren wir es einfach mal. Ich meine... Ich habe mit den Dingern, ehrlich gesagt, super selten intensiver gearbeitet, weil... Ähm... Es eigentlich immer gut ging mit den... Mit den anderen Sachen. So. Ähm... Erst, wenn ich alles fertig gebaut habe. So. Erst, wenn ich... Das hier alles... Okay. Ähm... Ich war gespannt, wie viel... Müssen wir das Ding noch weiter anschließen? Sieht fast so aus. Moment. Ja. So. Zack. Okay. Dann kann das hier an sich abgerissen werden. Das sieht gut aus. Komm, hat mal... Hat mal irgendjemand Zeit, kurz das Ding abzureißen? Äh... Äh... So. Sehr gut. Dann... Natürlich gleich wieder einen neuen einbauen. Äh... Wollen wir es, wollen wir es? Hier, Herdelektrisch. Was tust du? Aber du willst erst mal mehr Stahl. Oh. Klar. Whatever. Gut. Und... Bauteile. Okay. Super. Stahl und Bauteile müssten wir aktuell genug haben, weil wir fast nichts verbrauchen. So. Jetzt läuft der halt die ganze Zeit. Und... Ähm... Wie viel gibt der aus? 650 Watt? Ne. 1000 Watt. Und das Ding hier verbraucht 350. Ah, ja. Okay. Deswegen sind noch 650 Watt frei. Okay. Okay. So. Dann könnten wir jetzt, ehrlich gesagt, ehrlich mal was ausprobieren, was wir... Was ich ewig schon mal machen wollte. Nämlich der... Drinks Table. Denn das Problem war bei dem Ding schlicht und ergreifend, womit ich nicht gerechnet hatte, dass das Strom braucht. Ah, und das ist zu weit weg. Moment. Ei. Das ist ja doof. Hm... Gut, dann kommt der Tisch hier hin. Der braucht nämlich keinen Strom. Kopie. Dann wird der abgerissen. Kannst du das? Ja. Dann kommt da der Drinks Table hin. Dann gucken wir mal, welche Drinks wir da so machen können. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Da bin ich mal wirklich gespannt drauf. Das ist doch mal cool. Aber wie gesagt, das ist wieder Mod. Keine Ahnung, was das Ding macht genau. Dementsprechend, ich bin da gespannt drauf. So. Was haben wir jetzt noch so, was Interesse sein könnte? Also klar, wir könnten hier den Tisch ersetzen. Durch einen elektrischen. Hätte ich gesagt, ich habe das ja schon vorbereitet. Dann mache ich es mal auch. Den kann ich dann aber eventuell auch an- und ausmachen, wenn ich es gerade halt brauche. Besuchergruppe. Die reisen eh nur durch. Da kann ich eh nichts mit anfangen. Wäre jetzt halt nur interessant, wenn ich versuchen wollen würde, mich mit denen anzulegen. Das heißt, dann könnte ich die natürlich umhauen und versuchen darüber, die Fraktion zu provozieren. Oder die halt so unbedingt Leute bräuchte, dass ich die halt umhaue. In der Hoffnung, dass sie halt dabei nicht drauf gehen. Was halt super unwahrscheinlich ist in dem Spiel. Tatsächlich gibt es wohl einen Modifikator, dass wenn ich die umhaue, auch wenn es eigentlich nicht tödlich wäre, wo sie K.O. gehen, eine sehr gute Chance haben, wohl drauf zu gehen. Habe ich mal gelesen gehabt, irgendwo, dass jemand einen Mod hatte, der genau das wieder abgeschaltet hat. Wenn das Spiel das so will, bitte. Dann muss ich halt damit leben. Ich müsste hier eigentlich sagen, kein Dach erstellen, damit das Dach wieder wegkommt, ne? Ja. Genau. Und jetzt kann ich das hier wegnehmen. So. Prima. Das läuft soweit. Was macht ihr da? Anbauen. Sehr schön. Dann wird es jetzt wieder wärmer. Sieht gut aus. Obwohl wir erst den 1. Hä? 1. Im Dezember haben? Eigentlich müsste es jetzt erst richtig kalt werden. Naja. Ihr werdet schon wissen, was ihr da tut. Oder ihr halt auch nicht. Was war das? Eine Vorratskapsel. Mit Fleisch. Gut. Nehme ich. Wir haben schon wieder... Wir hatten doch den Mega-Floss. Was? Haben wir echt so wenig Nahrung? Oh. 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 Okay. Okay. Jetzt habe ich natürlich missgebaut. Okay. Koche einfache Mahlzeit. Äh. Machen wir 20. Äh. Wow. 20. Details. Ähm. Eigentlich gar keiner. Doch. Doch. Warte. Warte. Wenigstens Stufe 5 muss derjenige haben. Ähm. Dann machen wir noch... Äh. Okay. Ich lasse jetzt die leckeren Mahlzeiten mal weg. Ähm. Denn wir brauchen Dörrfleisch. Wir brauchen dringend Dörrfleisch. Auch da machen wir 5. Und äh. Da mache ich wieder die Einstellung... Vegetarisch ist es vor allem Mais und Kartoffeln. Und Fleisch. Ja. Da kannst du alles benutzen, was normal ist. Was normal eingestellt ist. Okay. Gut. Ähm. Und das ist, äh. Wiederhole für immer. Und das hier ist, wiederhole bis du X hast. Und die X sollten 20 sein. So. Ähm. So passt mir das im Moment ganz gut. Ja. Äh. Das Ding hier sollte auch immer dafür sorgen, dass wir eine gewisse Menge an Bier... Würze da haben. Was hatte ich denn da gesagt? 15, ne? Wiederhole bis du X hast. 15. Ja. Ich glaube, das war das. Okay. So. Der Drinkstable. Da können wir jetzt... Roast Coffee Beans. Natürlich bräuchten wir dafür erstmal Kaffee... Äh. Kaffeebohnen. Ähm. Brew Coffee. Brew Coffee. Und Decaf Coffee. Also entkoffeinierten Kaffee. Okay. Ich hatte irgendwie erwartet, dass ich da ein bisschen mehr mitmachen kann als diese paar Getränke. Aber dann gucken wir doch mal in die Forschung rein. Ich habe keine Forschung ausgewählt. Oh, weia. Ähm. Cupro's Mod. Richtig. Das ist die da. Soda Brewing müsste ich erst erforschen. Würde ich super gerne machen. Würde ich jetzt wirklich, wirklich gerne machen. Ähm. Aber wir brauchen erstmal die Batterien. Weil dann können wir mit den Windrädern arbeiten. Und ich glaube, das ist deutlich entspannter für uns auf Dauer. Mal gucken. So. Wie viel hat der jetzt noch drin? 430. Das heißt, der hier verbraucht 100 und der hier verbraucht 120. Okay. Okay. Das heißt, das ist im Moment alles ganz entspannt. Die 340 Watt, äh 430 Watt laufen gut. Prima. Okay. Gut, gut, gut. Wir müssen nur halt jetzt echt aufpassen, dass wir natürlich dann genug Holz immer da haben. Weil sonst... Ja gut, ich meine, wenn wir vorher kein Holz hatten, dann hat das hier auch nicht mehr funktioniert, ne? Also von sofern gar kein so großer Unterschied zu vorher. Okay. Ich glaube... Wer war denn... Wer ist denn jetzt bei uns kocht? Wir müssen irgendjemand wieder... Kochen. Kochen. Irgendjemand muss das wieder als Hauptpriorität kriegen. Lial muss ja keinen Bergabbau mehr machen. Und wir haben als Aufseher Hams. Oder wir machen Tranka jetzt zur... Ja komm, Tranka wird die neue Köchin. Oder momentan die neue Köchin. Damit sich Hams und Lial hier vor allem über die kümmern können. So, dann kriegt die da jetzt eine Eins drauf. Und dann sollte das echt so eine Priorität bei ihr eigentlich haben. Zumindest ab 10 Uhr. Jetzt ist gerade 8 Uhr. Klar, da ist ihre Freizeit. Da können sie machen, was sie wollen, mehr oder weniger. Aber jetzt fängt sie schon an. Okay, Tranka ist wieder voll am... Ackern hier. Und jetzt wird das auch funktionieren. Super, alles Tutti. Das sieht doch besser aus. Ja. Ja, viel besser. Okay, super. Super. Da wird jetzt mal wieder richtig was hergestellt. Warum die manchmal hier sich gleich vorne was greifen? Und wenn sie dann feststellen, das ist voll, dann laufen sie nach da hinten so. Warum? Füll doch erstmal vorne an. Aber nein. Naja, mir soll es recht sein. Also eigentlich ist mir nicht recht, aber... Egal, ihr wisst doch, was ich meine. Hm, Kartoffel ist verdorben. Ah, wie viele haben wir denn noch? Ja, das sieht noch gut aus, aber... Gut, die Kartoffeln verderben bald. Der Mais hält sich noch eine Weile. Also wir sollten gut hinkommen. Wir sollten keinen Engpass, was sie in Ernährung hat, kriegen. Aber wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen, dass es jetzt im nächsten Jahr besser läuft mit der Ernährung. Andererseits, wir sind erst beim 2. Dezember. Wir werden eventuell ein bisschen jagen gehen müssen diesen Winter. Um tatsächlich vernünftig hinzukommen. Ich habe eventuell unterschätzt, wie viel halt... Die... Die... Was? Grau ist an Chol... Cholera? Du bist an Cholera krank. Ernsthaft? Also, ich hoffe jetzt, dass die nicht so krass ist, wie in der Realität. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt so... Tschüss, Graue. Ich hau dich weg. Ich schicke dich nach Hause. Lösche den Stamm der Rado Army aus. Aber lass mich hier in Ruhe. Weil... Weil... Boah. Das ist schon krasser Tobak. Er ist unser bester Arzt. Weil das... Das muss jetzt echt vom Besten versorgt werden. Sonst haben wir da echt Probleme. Pflege. Unser bester Arzt ist Sharna. Ja, Tranka ist mittlerweile genauso gut. Okay. Und Tranka ist, glaube ich, komplett gesund. Ja. Das muss halt echt sein. Was? Habe ich den ausgezogen? Das wollte ich nicht. Wollte ihn behandeln. Das war jetzt nicht, was ich wollte. Das... Ähm... Ups. Bist du jetzt nackig? Ja, bist du... Ups. Das Einzige, was hier noch rumliegt, ist... Ist... Ein Kriegsschleier. Oh, Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Ähm... Ähm... Äh... Ja. Äh... Graue... Graue rennt jetzt hier. Ähm... Ja. Äh... Sorry. Das ist nicht so... Nichts... Ehrlich gesagt nicht so gut. Weil die fühlt sich bestimmt nicht wohl, wenn sie nackt ist. Äh... Ja. Nackt ist nochmal minus 6. Nicht so gut. Und... Die Chance, dass sie das... Dass sie dabei stirbt, das ist leider gar nicht so schlecht. Ähm... Immunität ist 6%. Cholera hat kein Tod zur Folge. Nur Hungerrate und sowas. Aber da steht kein... Die Cholera hat keine Prozente selber. Das... Oh, neue Liebhaber. Oh, wie süß. Wer denn? Hams? Und wer, oder? Nee. Ähm... Wen hab ich denn jetzt da? Doch, Hams. Hams hat versucht... Versuchte Tranka für eine Romanze zu umwerben. Tranka hat zugestimmt und beginnt eine Liebesbeziehung mit Hams. Na, Gratulation. Sehr schön. Ähm... Wo steht das nicht dann hier? Das... Das irgendwie... Geliebte. 35. Ja, das steht auch dahinter. Ja, nice. Ähm... Hams und Tranka. Na, dann könntet ihr jetzt ein gemeinsames Bett kriegen. Ja, habt ihr ja schon. Habt ihr einfach selber gemacht. Finde ich gut. Finde ich gut. Das hat Tranka nur gemacht, weil sie dann den besten Raum kriegt, weil Hams den besten Raum hat. Ja, cool. Mega. Wir haben einen untätigen... Kronolisten anscheinend nicht mehr. So. Ja, Grau. Das ist jetzt natürlich mies. Das ist jetzt natürlich ein bisschen mies. Ernsthaft, Hams. Du trägst jetzt den Schleier von ihr. Warte, das Ding sieht so furchtbar aus, ne? Das sieht so furchtbar aus, dieser Kriegsschleier. Ich werde keine Kriegsschleier herstellen. Ich finde, die sehen furchtbar aus. Habe ich schon erwähnt, dass ich finde, dass die Kriegsschleier furchtbar aussehen? Ich werde keine herstellen. Den soll er jetzt tragen, bis er kaputt geht und dann ist gut. Boah, der Ärmste, ne? Das ist schon echt doof. Komm, die legen ihm hier was zu essen hin und er schafft es nicht mal, was zu essen. Ah, jetzt wird er gefüttert von Hams, okay. Aber die Ärmste, wie auch immer. Ah, das ist schon fies. Und die Immunität dauert ewig. Krass. Es wird mehrere Tage dauern, bis sie die Immunität überstanden hat. Also, bis sie dann Immunität hat, die Krankheit überstanden hat. Es wird ewig dauern. Wir haben noch 86 Medizin. Auch das hat sich ganz schön reduziert. Aber wenn wir das hier hochkriegen, dann sollte das auch wieder gut sein. Er trägt zerrissene Kleidung. Hams wahrscheinlich. Ja, er trägt eine Wester, ne? Ne, Lial trägt die Wester. Ja, genau. 8 Prozent. Die zerfällt bald. Die zerfällt bald auf an ihrem Körper. Einfach. Einfach zu Staub. Lagerzonen. Die werde ich wohl mal ein bisschen erweitern. So. Oh Mann. Gut. Ja, dann haben wir Cholera im Dorf. Und wir haben jetzt Strom. Das ist ganz cool. Die Cholera nicht. Ja, ich habe was gegen Cholera. Das ist wahr. Auf jeden Fall. Kann ich nicht leugnen. Wir haben eine Menge Klamotten. Könnten wir herstellen. Und die Klamotten, die wir da haben, die sind alle ziemlich schlecht. Das ist schön, auch wenn da jemand vorbeikommt, die mir einfach mal die ganzen schlechten Klamotten verkaufen könnten. Ich könnte natürlich mal schlechte Klamotten verbrennen. Verbrenne Kleidung und zwar unter 40%. Das ist eigentlich nichts mehr wert. Selbst wenn es aus so einem guten Material war. Und das machen wir für immer. Mal gucken, wie viel wir dann dabei verbrennen. Mal gucken. Ich glaube, da wird einiges bei wegkommen. Wie warm ist es hier drinnen? 9 Grad. Okay, ich werde hier einfach mal nochmal ein zweites Lagerfeuer aufstellen. Und hier auch. Wahrscheinlich ist der Holzverbrauch geringer, wenn ich in jeden Raum einfach nur Fackel reinstellen würde. Aber dann hätten unsere Träger so viel zu tun. Die haben wieder nicht geschafft, die Blueblade-Sachen zu verbrauchen. Das ist auch voll doof. Evidently müssen wir uns dann doch überlegen, einen zweiten Essenstisch zu bauen, damit einfach schnell genug abgearbeitet werden kann. Aber warte mal. Was wir machen können, ist noch hierbei wieder dieses pausiere, wenn ich pausiere 15. Das ist ganz gut. Damit ich bei jeder einzelnen weggenommene Mahlzeit dann das angefangen wird. Wie viele Leute haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann mache ich mal, wenn es zutrifft, zehn. Forschung abgeschafft. Äh, warte, was? Schon? Wow, das, das ging, ja, jetzt, jetzt, äh, so, da müssen wir erforschen, ganz klar. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst vorhatte, aber, aber, muss jetzt sein. Ähm, wir gehen mal auf zehn. Wenn zehn nur noch da sind, haben wir eigentlich immer noch genug für alle. Aber dann muss halt wieder angefangen werden, äh, zu produzieren. Und, wir müssen wirklich für Nahrung sorgen. Also, wirklich wichtig. Ähm, ich glaube, morgen werden wir uns dann nochmal so ein Vieh hier legen, weil sonst wird das jetzt so langsam. Inspirierter Chirurg. Die Inspiration endet nach acht Tagen oder wenn die Operation durchgeführt wurde. Äh, ja, das hätten wir gebrauchen können damals. Oder, wenn wir jetzt noch ein bionisches Bein da hätten, dann wäre das auch mega. Aber, beides ist nicht der Fall. Beides ist leider nicht der Fall. So, wie viel gerade haben wir jetzt hier? 17, das, das ist schon besser, auch wenn nicht gut. Hier drinne 14. Ach so, ich bin ja doof. Also, sowieso, aber diesmal besonders. Ich habe hier ja extra diesen Bereich vorbereitet, damit ich mir den einsperren kann, damit der unsere Räume hier heizen kann. Das war ja Sinn der Sache. Dann mache ich nämlich einfach die Türen hier auf und die lasse ich zu. Dann gibt der hier nämlich ordentlich Temperatur von sich. Und dann können wir nämlich, hier, wenn wir die Türen aufmachen, dann beheizt der nämlich unseren Gang hier mit. Das ist ganz geil eigentlich. Muss man ein bisschen mit aufpassen, weil der kann natürlich im Sommer dann überheizen. Wir haben einen neuen Rekruten mit einer Chance von 7, irgendwas Prozent. Wer war es denn? Löwe. Und Löwe ist mit einer Chance von 7, irgendwas Prozent tatsächlich ein Buddy geworden. Okay. Also erst mal Freizeiteinstellung. Zack. Zack. Dann gucken wir uns mal an. Was machst du für Arbeit? Ich weiß zwar, dass ich dich haben wollte, aber ich weiß nicht mehr, wegen welchen Werten. So. Ne, der war es nicht. Hier. Löwe. Aufseher. Nein. Tierpfleger. Auch nicht. Landwirt. Okay. Das ist gut. Kann ein richtig guter Bergarbeiter werden. Ist das aber im Moment noch nicht. Das kann er alles so ein bisschen. Das heißt, dafür könnte man ihn einsetzen. Ansonsten wird er wahrscheinlich auch ein erster, die Träger sein. Dann machen wir ihn erst Landwirt und dann Träger. Okay. Das sieht doch gut aus. Ansonsten, du bekommst natürlich eine Waffe. Was haben wir denn so für Waffen rumliegen? Als Gewehr könntest du das hier dir gönnen. Und als Nahkampfwaffe... Ah, Moment. Als Hauptwaffe das und so. Oh, er hat einen Speer abgeworfen. Hat der vorher einen Speer? Ernsthaft? Das ist dir vorher einen Speer gekrallt. Gut, dann... Den kann ich aber nicht als Zeitarm tragen. Der muss als Hauptwaffe getragen werden. Weil ich ja nur kleine Nebenwaffen anscheinend erlaube. Sozusagen keine zweite Zweihandwaffe. Was ich durchaus realistisch finde, dass die Leute nicht die ganze Zeit mit zwei Zweihandwaffen in unserer Siedlung rumrennen. Also eine Großwaffe und eine kleine Nebenwaffe. Und dabei sind die Stahlknüppel schon stretchy, sage ich jetzt mal. Dass das keine zweite Großwaffe ist. Das ist schon gewagt. Wie sieht das eigentlich aus mit Char? Hat der immer noch die... Nein, okay. Jetzt sind endlich die Mechaniten losgeworden. Das bedeutet aber wahrscheinlich, dass Kombo relativ langsam unterwegs ist. Ja, 70%. Ab jetzt ist Kombo tatsächlich langsam. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ist halt so. Ist halt leider so. So, hier wollen wir jetzt eigentlich so einen Spaßraum. Spaß und Spielraum aufbauen. Mal gucken, was hätten wir denn da alles? Vergnügen. Ein Reading Table. Na klar. Oh, das ist ein Bookcase. Ah, okay. Wir müssen aber die Bücher aus irgendeinem Grund tatsächlich bei uns in einem Lager haben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal feststellen, zu welcher Kategorie gehören diese blöden Bücher, damit ich feststellen kann, Kunst? Written Book. Probieren wir es mal damit. Es könnte halt sein, dass es das ist. Körperteile sind Gegenstände. Ja, irgendwie schon. Also in dem Sinne ist alles ein Gegenstand. Gut, gucken wir doch mal, ob wir es jetzt schon wegtragen können. Tranker? Nee. Also diese Bücher... Wie heißen diese Bücher denn? Einfach nur Books oder Pile of Books. Mal gucken. Wozu gehören die denn dann? Hergestellt? Eventuell... Blank Book. Nee. Also Blank Book ist es für mich nicht. Aber Book hätte halt gut geklungen. Gucken wir doch mal in Gegenstände rein. Arcades. Cartridges und Arcade-Dinger. Möbelkunst gegen Kunst. Das Written Book ist es leider nicht. Hergestellt. Textil, Medizin. GW-Garnaten. Was ist denn GW? Ist das der Mörser? Klar. Empty Crate. Aber Book ist hier halt auch nicht. Pal of Books. Doch, das ist es. Zack. So, ich weiß nicht wozu es normalerweise gehören soll. Aber... Es ist vielleicht... Es ist halt ein Problem, was natürlich dadurch entstanden ist, dass wir halt eine automatische Automatisierung gemacht haben. Normalerweise macht man ja das Ganze so ein bisschen über das Ausschlussverfahren und so. Und da kann natürlich sein, dass Mod-Items dann irgendwie bei einer falschen Kategorie landen und deswegen nicht weggelagert werden. Beziehungsweise die hätten wir halt auch tatsächlich hier draußen lagern können, weil die ja nicht verderben. Sonst werden sie ja da draußen schon längst verdorben. Aber ja, naja. So ist es auf jeden Fall auch in Ordnung. Ich sollte vielleicht auch das Ding dann irgendwann mal einbauen. Einfach damit das nicht so hässlich aussieht, weil im Moment bekommt jeder, der hier vorbeiläuft, wahrscheinlich einen tierischen Malus, weil das einfach pottenhässlich ist, das Ding. Diese Gegend. Das heißt, jetzt könnte ich das Ding bauen, einen Reading Table und daneben ein Bookcase. Bookshelf braucht dann weniger. Und ein Bookwreck braucht noch weniger. Okay, gut zu wissen. Dann müssen wir irgendwann feststellen, wie viele Books erstellen. Vielleicht mit einem Writing Table. Das könnte ja eine gute Idee sein. Ähm, das ist Writebook, Collatebooks. Group Books together for Storage or Crafting. Aha. Ähm... Bindbook, Writebook. Okay. Feuer! Wie, 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 wie das? Warum das? Ah, wir hatten eine zu kurzen. Oh. Oh, bitte die Tür offen lassen. Die Tür offen lassen. Die blöde Tür offen lassen. Ah, das war aber... Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, ob unser, unser, das Ding hier hinten noch angeschlossen ist. Ähm... Ja, das ist es tatsächlich, okay. Glück gehabt. Gut. Keine Ahnung, was, was da jetzt genau das Problem war, aber... Jetzt hat das alles gut gegangen. Vielleicht sollten wir sicherheitshalber das hier überdachen, aber ich glaube eigentlich, das ist nicht nötig, die Sachen zu überdachen. Ähm... Forschung abgeschlossen. Soda Brewing. Use fermenting yeast to add CO2 to water. Producing a desirable vervescent effect. Also im Endeffekt, die CO2-Produktion wird über, ähm... Oh, Hefe hergemacht. Das heißt, äh, auch interessant. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir jetzt forschen. Ähm, wow, auf einmal, auf einmal können wir forschen. Total krass. Ähm... Und die Batterien habe ich ja auch schon erforscht. Ey, 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 ey. Krass. Ähm... Teppich-Herstellung. Ich hätte gerne Teppich-Herstellung. Lasst uns nochmal Luxus holen. Ähm... Jetzt sind wir mit den Räumen fertig. Aber vielleicht brauche ich es dann für die nächsten Räume, ne? Könnte ja sein. Okay, dann würde ich jetzt auch sagen, eine sonnige Verabschiedung. Wir sind bei 33 Minuten. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Und dann werden wir uns mal, äh, mit den Batterien und so beschäftigen, dass wir da, äh, eventuell dann mehr über die... Sag schon, mehr über die, die, äh... Ja, über die erneuerbaren Energien mit dem, mit dem Windkraftanlagen und sowas gehen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Weil da könnten wir uns hier einfach, äh... Weil wir werden anfangs noch nicht mit so viel Strom arbeiten. Da können wir dann mit den, mit den, mit den... Windkraftanlagen uns wahrscheinlich relativ gut versorgen. Und dann bauen wir die vielleicht hier so hin. Das sieht gut aus. Scheint gerade so zu passen. Ah, eigentlich ganz cool. Vielleicht lieber hier unten hin, sodass die dann halt aufs Wasser halt rausragen. Und hier hinter könnten wir dann noch ein Feld machen für, äh, irgendwelche Pflanzen. Nochmal, nochmal hier so ein Gebet anbauen. Aber das könnte ganz cool aussehen. Und dann schließen wir das natürlich ans Stromnetz an. Okay, jetzt aber wirklich eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao. Euer Sunny.